Hast du alles gecheckt? Ist alles super? Ok, super, danke. Yes, da sind wir wieder. Und... Du bist der Fred, ne? Fred, du wirst mitkommen? Ok, Fred. Du kannst mal da... kannst mir folgen, ne? Da müssen wir ein Foto machen, das ist gleich so inspirierend. Das sieht jetzt wirklich Hype-mäßig aus. Oh, hatten wir gleich Glück gehabt. Er kam dann noch gleich ins Bild. So, wir öffnen. Oh! Hört ihr das? Das ist meine Wäsche. Machen wir noch kurz vor dem Flug. Ich öffne dir hier mal die Tür. So, Fred, du kannst einsteigen. Super. Dann... Ja, ich würde den Platz hier nehmen. Super. Hier der Gurt, wie im Auto. Das passt. Hier hast du Headset, ne? Mikrofon schön ans Maul. Das passt. Und wenn du willst, hast du hier noch ein Tablet. Kannst du dann noch ein bisschen mit Tablet gucken, ne? Super. Wenn was ist, einfach Bescheid sagen. Lautstärke kannst du hier noch verstellen, ähm... an diesem Drehregler und Kurztüte, ne? Die findest du hier. Super. Passt. Schließt da die Tür wieder. Sehr gut. Ey, guck mal. Da ist Tim. Na ja. So. Wir steigen auch wieder mal ein. Ich hoffe, du hast den Hubschrauber geguckt, ne? Alles super. Yes. Sehr schön. So wollen wir das haben. Nice. Hallo, my lady. Willi? Wie geht's dir so? Komm, die nehmen jetzt mal mit. Aber... Wird Willi... So. Ein bisschen Spaß muss sein. Ihr habt Zeit. Wir sind jetzt da schon mindestens 15 Minuten mit Fred on the way. 15 Minuten habt ihr Zeit. Let's go. Oh, der Mr. Sir. Das läuft schon bei Sir. Okay. Wir machen auch da mal. Battery Switch on. Engine Fire Test 1. Engine 2 Fire Test. Super. Warning Lights. Aus Set. Passt. Avionic Switch Master 1. 2. Und dann haben wir... Ja. Das passt. Dann immer dasselbe. Hier wollen wir zu der Map. Zu der Map. So. Und ich glaube, das nehmen wir so. Das passt. Hier will ich die Clock haben. Dann brauchen wir nicht mehr. Das kann man sowieso nicht alles hier einstellen. Wir stellen es hier ein. So. Transponder. Schaut mir ein. Ne. Oh. Und Enter. Nicht. Passt. PDF Settings. QnH. 3. Was haben wir? 1014. Barrow. 1014. Das wäre dann 7. bestimmt immer noch. 9. 6. 9. 3. Wow. Krass. 9. 3. Checked. QnHZ. Dann haben wir Speedbox. Alle 1. Und hier haben wir alles soweit gesetzt. Super. Da brauchen wir noch. Rotobreaks released. Dann haben wir hier noch schön unser Fuel. Machen wir Primer 1 und 2 ein. Unser Anti-Collision Lights schalten wir auch ein. Unsere Panel Lights wollen wir auch und Position Lights schalten wir auch ein. Dann nehmen wir auch gleich unsere Automation Unterstützung. Nehmen wir mit und wir starten Aria Clear. Rotobreaks released. Wir starten unser Engine 1. und startet hoch. Alles für Fred. Zündung ist gekommen. TOT fährt hoch. Alle glauben an mich. Sie stimmt da schön ab. Sehr gut. Wir starten Engine Nummer 2. 2. Darwanden. Und TOT steigt jetzt an, jetzt Zündung kam. Und TOT Rise im grünen Bereich, sehr schön, fährt hoch, komm, wir sind auf Weidel, können wir umschalten, Primer 1 und 2 aus, P.1, 1, Position Light und Landing Light, super, hier haben wir alles gesetzt, ohne Vorbrenner haben wir jetzt mal gestartet, das war super, wir schließen deine Tür, das passt, den brauchen wir nicht mehr, hier haben wir alles gesetzt, all set, idle, dann entfernen wir die Triebwerke hoch, und closed door, cleared for take-off, jetzt brauchen wir, das ist die einzige Unterstützung, die ich da einschalte, weil sonst finden wir nichts, ein und ein, sonst finden wir nichts, Family. So, Clipper take-off, all set, wir ziehen unser Kollektiv langsam nach oben, slowly, 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 ja für Hubschrauber fliegen wir via schon geiler, kannst du besser rumgucken, aber, der sperrt uns da ein, der Sir, ey, was soll das, so, danke. Landing Light Off, so, Fred, wo willst du als erstes hin? Alright, I see, dann drehen wir rein, ich hoffe, hier kommen ein paar Dingens, ja, da kommt, Mombo-Kam, kennen wir, weil wir es können, machen wir jetzt da, wir sind, hey, wir sind lieber Afrika, wir können so tief fliegen, wie wir wollen, aber nicht so schnell, sonst dreht es uns dann gleich ab, passt, sehr nice, da vorne ist was, das ist die Oase, kommt keine Sehenswürzigkeiten, slow down, slow down, take it, helikopter traffic, ja, zwei helikopter von Copte, ja, mit VIP passengers, high on main, own discretion, ja, so ist es, Chief's Camp, da müssen wir hin, das ist super, da wollen wir, da ist ein Elefant, ne, der hat sich, glaube ich, ein bisschen verlaufen, der läuft da, ja, cool, der läuft da rum, das einzige Chief's Camp, sonst kommt nichts, ist schon krass, wenn man dann die selben Hubschrauber nimmt, ja, ja, ist schade, ich hoffe, das fixen sie auch bald, gut, ja, auch, man muss auch bedenken, es gibt's, wow, es gibt so viele Daten, die es da laden darf, muss, kann, ja, ist viel, wow, Jumad, zieht da einfach hoch, ey, wir sind da in der Luft, wir sind da etwas schneller, als sonst, wir fliegen hier übers Wasser, machen wir kurze Schlaufe hier übers Wasser, hier gibt's nicht so viel zu sehen, irgendwie, das ist schade, was sind denn die alle, das ist wie in real life, such er sie, such die Tiere, da ist ein Giraffe, hey Giraffe, Giraffe, schöner Giraffe, oh, da haben wir auch Giraffes, da ist eine Fauna und es zeigt sich nichts an, ne, so, Fred macht deine Fotos, schöne Giraffe Fotos und da hinten, da hinten haben wir noch, was haben wir da hinten, Elephants, 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 ja, das ist eine schöne Fotos, ja, die Hände, ja, ja, Das sind unsere Kollegen, negativ. Aber hier müssen jetzt irgendwo Kollegen sein mit den Safari-Autos. Könnt ihr die irgendwo sehen? Irgendwo. Safari-Autos. Manchmal findet man sie, manchmal auch nicht. Ich glaube Inside. Ich glaube, die sind da. Oder was war das da unten? Das sind Hippos, ey. Da hat es noch kleine Hippos. Cool. Ne, da hinten sind sie auch nicht. Wo sind die denn? Sind wohl keine hier. Was ist das? Das ist nochmal ein Elefanti. Ah, der ist auf seiner Wanderung. Cool. Ja, das ist right way. Right way. Oh, guck Fred. Ich fliege wieder mal links vorbei. Fred. Hier hast du auch noch. Oh, was ist jetzt los, ey? So, danke. Okay. Da ist auch noch ein paar Elefantis. Okay. Aber sind das alle? Und hier gehen ja Chief's Camp. Huh. Okay. Gucken wir uns das Chief's Camp an. Das sieht ganz schön aus hier. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Wir müssen jetzt hier unser Chief aufladen. Und dann laden wir unser Chief auf und dann geht's weiter. Dann laden wir unser Fred beim Airport ab und der Chief fliegt dann weiter zum nächsten Airport. So. Wo ist unser Helipad? Helipad Insight. Jetzt kommt rein. Beheb her. So, es ist Ihr Kontroll, Darlene. Schauen wir kurz auf Eidl, steigen aus, guck, dort ist Zürr, wo ist unser Chefkoch schon wieder, ah, da kommt er hoch, super, immer die Chefköche. Machen wir wieder mal ein Foto, Foto geil, oder wie? Ja. Sally Chef, Sally, ça va? Es ist super, du bist zum, ja, genau, ich weiß, deshalb sind wir auch da, wir kommen dich abholen. So, nee, komm, wir gehen da auf die andere Seite, nicht vis-à-vis, das ist auch doof, ne? Andere Seite. So, kannst du einmal einsteigen, Platz nehmen. Ja, das ist Fred, genau, ah, ihr kennt euch, okay, cool, nice. Wie gesagt, Headset, ne, Lautstärke hier, da kannst du noch, ähm, Tablet benutzen, wenn du willst, und natürlich, äh, Kotztüten, ne? Angeschnallt, ja, genau wie im Auto. Super, passt. Dann, guten Flug, ne? Unsere VIP-Gäste überall. Hey, Darling, fliegst du ohne mich weiter? Ich chill hier ein bisschen. Okay, ich komm ja schon. Kopf einziehen, sonst sind wir Kopf kürzer, ey. So, steigen wir da wieder ein? Oh. Ach. Was? Ja, du kannst hierbleiben, wenn du willst. Nicht, ne? Ja, komm, jetzt fliegst du mit. Ja, ja. Super, cool. Ausstrahl finden? Super. Sehr schön. Wir fahren unsere Triebwerke wieder hoch. Ich schließe dann meine Tür wieder mal. Und dann fliegen wir weiter. Fred will zum Airport und Chef will dann zum Weitern. Ähm, Fluch. Ah, ja, so Camp, sag ich jetzt mal. Flugplätzchen. All safe, all checked. Nice. Dann starten wir. Hinter uns sind dann Palmen. Aufpassen. Langsam hochziehen. Wir machen jetzt Kategorie 1 Start. Falls unser eines Triebwerk aufgibt, dann könnten wir immer gleich wieder zurück hier auf diesem Platz. Und jetzt kommt das Unlogische eigentlich. Der sollte noch viel mehr steigen. Er steigt aber nicht. Wir geben hier so Vollpower. Für den Start dürfen wir. Sehr nice. Und wir fliegen nach vorne davon. Hier jetzt zum Airport. Da sind noch zwei Giraffes. So, da kommt's. Äh, sind ein paar mehr Giraffes hier. Nice. Fliegen wir zum Airport. Machen wir Landing Light On. Dann müssen wir dann irgendwo hier sein. Das ist noch ein Giraffes hier und fehlt. Ganz allein und einsam. Läuft dann zu seiner Herde, glaube ich. Ah, der sieht, was zu fressen, ne? So. Das sieht gut aus. Fred, wir sind da. Yeah. Wie in real life. Dreh ein, dreh ein, dreh ein. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Hä, warum reagierst du so? Okay, das stimmt auch nicht. Okay, das stimmt auch nicht, was jetzt du da gemacht hast. Hä, das gucken wir jetzt nochmal. Was war das jetzt? Jetzt drehen wir da nochmal ein. Was war das für ein... Oh, oh, hier haben wir... Oh, oh, Absatz. Uh, uh. Schon manchmal zum Verhängnis geworden. Mit einem Chat zur Landung. Und jetzt, wenn wir hier voll eindrehen... Warum? Jetzt? Ja, etwas... Ah, okay. Jetzt war's my bad. Jetzt war's my bad. Das ist halt die... Die Dingsteuerung. Ähm. Jetzt sind wir noch viel zu schnell. Die Automation. Da komme ich nicht zurecht. Ich brauche einen Heckrotor, der... Der ich, ähm... Steuern kann. Er parkt hier im Mitts auf dem Platz. Das finde ich super. Hier schneiden wir den Weg ab. Nee, nee. Kannst du ich. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ah, da. Er bleibt stehen. Ja, super. Dann hat dich doch aufsetzen können. So. Sehr schön. On Ground. Idle your control, baby. Fred. Time to go. Time to say goodbye. All right. Super. Yeah, it's a consulting. Super. Nice. Yo. Dann danke dir. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Schiff. Wir fliegen weiter, Chef. Ja, zum Flughafen. Genau. Yes. Hello, my lady. Sugar pie. So. So, wir fahren die Triebwerke wieder hoch. Landing light. On. Und jetzt. Oh, nee. Correction. Oh, la, la. War zu schnell. Oh, aber keiner weiß, wie der hieß, ne? Keiner. Und hier auf der Map sieht man das? Oh, danke. Foxwood Bravo X-Ray India. Nee, ich will nicht dich. Nee. Das heißt. Das heißt. Ist nicht. X-Ray India habe ich hier eingegeben, ne? Aber man sieht. X-Ray India. Schade. Schade, schade. Kleiner Automat hat das nicht. Das ist nicht ein Problem. All set. All set. Landing light. Set. Let's go. Schade, 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 schade. Schiefs camp. So, landing light off. Wollen wir nicht mehr. Oh, Giraffe kommt da gleich an, ey. Nice. So, fliegen wir zu diesem Airport und dann haben wir unser Chief, das Ziel vom Chief auch erreicht und ein bisschen enttäuscht von Safari. Wir haben heute nicht so viel entdeckt, hoffentlich das nächste Mal. Wir haben wieder irgendwie mal Wind, so wie gestern, oder wie? Immer noch zwölf Knoten, ey. Deshalb schiebt er so, das ist ja krass. Einfach schieben, schieben, schieben. Josh, bist du noch da? Ich glaube, der ist verleidet, der ist gegangen, ey. Ey, der Raster, der braucht immer so lange, ey. Oh, Tim, freust du dich schon, wenn wir das mal in Real Life machen können? Oh, Herr, Bushpilot. Niemand interessiert es, wie du fliegst, was du fliegst, wo du fliegst. Nicht so wie hier in der Schweiz, ey. Da fliege ich wirklich nicht mehr. Kein Bock. Kanada und hier, ja. Da fliege ich gern noch ein bisschen rum. So, jetzt können wir eigentlich auskorrigieren. Jetzt korrigieren wir... Ne, können wir nicht. Er dreht immer in den Wimbein. Da ist eine Fauna. Was ist da wohl? Oh, jetzt ist sie in die Pause gegangen. Oh, lala. Hey, Firm. Da haben wir vorhin eine Schleife gemacht. Das war, glaubst du, da, oder? Kommt wieder. Gut. Was haben wir hier Schönes? Keine Rhinos, keine Hippos. Immer nur Elefanten. Oh, aber das ist eine Herde hier. Oh, geil. Die laufen da gleich alle. Cool. Gefällt mir. Da vorne sind noch Giraffes. Helikopter. At 700, negative. 3000. Right of your runway, inbound. Was ist denn hier für eine Fauna? Was sollte es denn hier jetzt geben? Bestimmt irgendwo wieder im Wasser? Ich sehe nichts. Ich sehe nix. Hä? Seht ihr was? Hier dürfen wir die Tiere suchen, ey. Ah, da. Schon wieder Giraffes. Und jetzt spackt es ein bisschen rum. Und was haben wir hier? Ja. Jetzt kommt mir was in Sinn. Ich habe den Titel gar nicht geändert, ne? Ist auch egal. Das passt immer noch. Oh, wir sind immer noch auf Just Chatting. Das passt aber nicht, oder? Warum sagt niemand was? Ei, 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 ei. So. Immerhin. Ich habe mal kurz dran gedacht, aber... Dann habe ich schon wieder was anderes eingestellt wohl. So. Jetzt wollen wir hier zum Camp. Zu der Fauna wollen wir nicht mehr. Wir gehen jetzt hier zum Camp. Der Chefkoch muss hier hin. Ist der Airport? Oder ja. Wie man das nennen will. Wie sieht's hier aus? Genau gleich wie beim anderen Ort, ne? Ah, das wäre so cool. Das wäre so geil. Genial, genial. So zu leben. Da sind noch ein paar Elefanten. Naja. Ja. So, wir drehen ein. Gehen zum... Helipad. Laden unser... Chefkoch raus. Und fliegen rüber zum Airport. Und dann war's das für heute. Mit Afrika Safari. Ich emp겨's das für heute. Ich blanchere Satan. Kannst du dir an, dass Sie viel einhörig hat. Ja. Ich bin einhörig. Das war das Kissen jetzt. Oh, Raster. Manchmal komme ich nicht zurecht mit dieser automatischen Heckrudersteuerung, weil das ist bei mir improgrammiert. Ich will das automatisch immer korrigieren. Super. So. Your Controller. My Lady. Hi Tim Palim. So, Chef Koch. Ja. Jetzt können wir auch wieder einklappen. Das ist super. Oh. Was war das jetzt gleich? Aha. So, ja. Herze kannst du aufhängen. Super. Die Tür hast du nicht gebraucht. Ja, wunderbar. Bin ich gut geflogen, ne? Okay, Chef Koch. Vielen Dank. Ja, danke dir. Und bis später beim Essen, ne? Ich freue mich. Cool. Was kochst du? Fisch mit Fisch. Alright. Es gibt Fisch mit Fisch. Fisch mit Fisch. Tür schließen. Eigentlich kannst du noch selber rüberfliegen zum Airport. Okay. Ich flieg. Du wirst keine Stunden, ne? My Lady. Du wirst keine Stunden aufbauen. My Lady, my Lady. So. Tim bleibt hier. Der hat ausgeschaltet. Das ist super. Wir fliegen noch kurz zurück. Dann können wir dort dann auch wieder tanken, weil hier lassen wir den Hubschrauber nicht stehen. Ist zwar safer, aber nein. Ich will jetzt noch zurückfliegen nach Plan, sonst hat Chef nicht Freude. All safe, all safe. Und Zeichen, wir wollen bei dir landen. Jawoll. Bis morgen, Tim. Ne, ne. Kommst du uns anholen mit dem Hubschrauber? Ne, ne, alles gut. Wir kommen dann mit dem Auto und sag schon mal Chefkoch Bescheid, wir haben großen Hunger. Also riesen, riesen Hunger haben wir. Hoppala, hoppala. Du, kein Ding. Ja, Chefkoch ausgeladen. Ja, du kannst ja dort bleiben. Ist ja dein Ding. Ich hatte halt noch kurze Mission da, aber jetzt passt's. Ne, bei den Camps kannst du selten Hubschrauber stehen lassen. Weil die werden ja immer wieder gebraucht hier, ne. Oh, ne, nicht so viel nach oben. Komm. Noch ein kleines Stück nach vorn. Ja, so ist super. Jetzt kannst du runter. On ground. Super. So, zu öffnen ist heiß. Und jetzt können wir ausschalten. Schauen wir alles aus. Aus die Maus. Stand by. Bye. ach Ein bisschen Rotorbremsen ziehen, nicht zu viel, so super, ausgeschaltet, Antikulation Schnauze aus, die Maus, und jetzt, so, jetzt geht's ab zum D, oh guck mal was hier steht, Der TBM, nice. Meinst du, du bist schlau geparkt hier? Ja, ja, so mitten im Runway, ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017